Jo! Hi Leute! Herzlich Willkommen bei Anno! Jo! Dem seine Stadt brennt immer noch weiter. Jo, und wir werden versuchen, schauen wir mal, ob wir es in dieser Folge schaffen, ihn doch so weit zu schädigen. Wir wollten das Schiff eigentlich letzte Folge fertig reparieren. Ja, dazu brauchen wir Holz. Es sind inzwischen wieder einige Tage vergangen. Ich muss mal kurz schauen. Gehen wir den wieder in Arbeit? So! Dass wir wohl nicht unsere... Alter! Das ist ja nicht mehr feierbar. Schaut euch das mal an. Das sind halt die einzigen Stände in der Stadt. Ich glaube. Aber sie leben so auch ganz gut, oder? Ja. Ja... Ja, sie sind größtenteils eigentlich glücklich. Ähm... Ja... Egal, ich will jetzt nicht großartig noch drum herum schrauben. Ähm, wir brauchen noch mehr Holz. Können wir jetzt endlich das Schiff... Ja. Passt. Äh, ich würde sagen, wir... Ah, hier. Die. Ja. Wir gehen mal her und... Schauen mal, was wie... Ne, wir kommen leider nicht mit dem Schiff auf die Burg. Aber wir können zumindest die Türme hier zerstören. Dann... Gehen wir fahren mal wieder zurück. Holen einige Katapulte und zerst... Oh! Er kommt doch angreifen! Lol! Wo ist denn der jetzt hergekommen? Hier oben drüber marschiert, oder wie? Ich meine, angreifen. Er kann nichts angreifen, weil wir keine Soldaten hier auf der Insel haben. Ja, lol! Hä, wie kommt der hier hin? Hahaha! Schaut euch das an, Alter! Er patrouilliert einfach durch den Wald. Ja, wahrscheinlich in der Hoffnung, ob wir Soldaten haben. Aber wir haben keine Soldaten. Und er hat halt keine Kanonen. Und ja... Nice! Hier übrigens sehe ich gerade... Er hat schon einige Soldaten hier in der Stadt. Schau mal. Zerstören wir mal das hier weiter. Ähm... Ja, Holz. Unser Sorgenkind. Hier, Eisen. Okay, wir haben auch sehr wenig Eisen. Sehe ich gerade für Rüstungen und so weiter. Jetzt... Ähm... Schauen wir mal, was... Boah! Irgendwas war denn das gerade für ein Leck. Habt ihr das gesehen jetzt? Oder keine Ahnung? Irgendwas hat gerade übelst geleckt. Äh, gut. Schwer da... Jetzt nicht so wichtig. Wir haben hier eigentlich von allem ein bisschen... Außer die haben Eisenmangel. Jetzt... Können wir natürlich schauen. Haben wir... Nee, haben wir nicht unbedingt. Oh... Sollen wir eine zweite Eisen... Abdings bauen? Oder... Nicht? Ach... Ich mein, schaden wir jetzt nicht, oder? Wir haben aber eh aktuell nicht wirklich genug Holz dafür. Schade. Mh... Könnt aber... Ich schau mal gerade. Bisschen hopfen wir mal über... Okay, Gewürze werden weniger, sehe ich gerade. Alkohol. Ganz, ganz schlecht. Okay. Sperma das mal wieder. Hahaha. Sperma. Er bringt... Er bringt... Er bringt, dass das läuft. Können wir noch eventuell... Wir haben, glaube ich, hier von der Insel... Nee, wir... Ich glaube, Holz fehlt. Sonst könnten wir eben dann noch einen Gewürzinger hinbauen. Ja, wir brauchen ein bisschen Holz dafür. Ähm... Soll er das selbst abbauen? Ich hab keine Ahnung. Wir haben jetzt hier... Ah, genau. Wir haben jetzt hier unser Schiff hier frei. Wo ist er eigentlich mit seinen Pferden? Okay, er patrouilliert hier so drauf los. Können wir diesmal... Äh... Hier... Nee, wir können keinen... Keinen Abwehrturm bauen. Sonst könnten wir ihn mal ein bisschen hier einheizen. So, großes Ding brauchen wir nicht bauen. Medicus vielleicht, ja. Pest... Ich weiß gar nicht. Bricht die bei 1500 oder bei 1600 aus? Keine Ahnung. Werden wir dann schon sehen. Äh... Und Kanonen... Ja, das können wir nur mit einer Universität erfinden. Sch... Ja... Scheiß mal drauf, würde ich sagen. Brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Ähm... So, ich hole genau zwei Holz. Das muss reichen. Ähm... Wie schauen wir hier aus? Genau. Oder wartet mal. Komm ich hier rüber vielleicht? Oder... Wartet mal. Ich will weiter seine Stadt abbrennen. Ich weiß, es bringt nichts, aber... Ja, es geht. Nice. Das... Ja, lass mal brennen. Voll klar bauter, Mann! Ja, abladen. So, und jetzt müssen wir schauen, wo haben wir hier einen möglichst gut geeigneten Platz für eine weitere Gewürzproduktion. Produktion. Produktion. Okay, hier ist sie mal. Hier schaut's. Hier können wir hier wo rein eine bauen. Rein eine bauen. Und Deutsch lernen. Auf jeden Fall auch ganz wichtig. Okay, hier haben wir überall diese Semi-Fuchtbarkeit. Hmm... So. Äh, nicht stilllegen. So. Schauen wir mal. Ähm... So. Könnte funktionieren. Ich hab keine Ahnung, aber lassen wir's mal. Äh, den schicken wir mal wieder retour. Fährt er? Ja klar, er fährt. Okay. Okay, hier brennt die Stadt ab. Ist geil. Hat er hier. Ne, so weit kann man nicht. Scheiße, schade. Ne. Hier, das geht sich wieder aus. Okay. Weil dann laden wir einfach... Ich hoffe die... Das wäre so geil, wenn die... Wenn das Feuer auf die Burg übergreift. Aber ich denke nicht, dass sich das spielt. Okay, welche Art von Soldados können wir jetzt dann eigentlich bauen? Ich würd sagen, wir bauen hier eine Festung. Um die Einheiten direkt... Ähm, aufs Schiff zu laden. Ja, und jetzt müssen wir wieder Holz sparen. Seile werden auch weniger. Ich seh' gerade. Genau, die Seile sind ja für die... Für die Pfeilbogenproduktion. Ich verstehe. Oh, jetzt haben wir auch Armbrustproduktion. Okay. Bogen wir aber... Brauchen wir keine Armbrüste. Sperren wir das. Konzentrieren wir uns lieber nur auf die Bögen. Äh... Alkohol. So. Jetzt könnts Branzlig werden. Alkohol. Ähm... Ja, wir müssen hier noch ein bisschen den Alkohol ausbauen. Shit. Und das Holz ist auch so... Das wird so schnell wieder aufgebraucht. Das ist ungut. Ungut ist das. Ähm... Können wir hier noch irgendwo... Einen Holzfäller errichten. So irgendwie. Na, so. Ja. Sollte passen. Ähm... Da müssen wir jetzt echt schauen. Ähm... Gewürze eben, wie gesagt, auch weniger. Aber die haben wir eh ungefähr im Blick. Nahrung passt noch. Ding, ding, ding. Okay. Da müssen wir jetzt schauen. Ähm... Ewentoll Stoffe, dass man die dann abreißen können. Ich hab keine Ahnung. In eurem Städtchen wohnt man gerne. Ähm... Da müssen wir aber hier wahrscheinlich noch... Zwei weitere errichten, oder? Ähm... Ich bin noch unschlüssig. Okay, hier schaut gut aus soweit. Bau mal für alle Fälle. Noch zwei hiervon. Also... Ja, jetzt bauen wir wieder Steine. Da haben wir jetzt aber... Äh... Unser... Unser Schiff. Wir haben es doch nicht geschickt. Ich dachte, wir haben es... Egal. Vergesst es. Vergesst es einfach. Vergesst es einfach. So. Restliche Baustoffe haben wir genug. Okay. Er hier soll ruhig mal hier weiter bekämpfen. Alles. Leider fängt die Burg nicht an zu brennen. Ja. Und ich würde dann sagen, wir werden dann hier von außen mit den Katapulten die Burg attackieren. Ähm... Ja. So. Wir laden ein. Steine 10. Oder? Wartet mal. Wartet mal. Wartet mal. So. Wir brauchen hier 4... 8. Ne. Da reichen nicht 10. Oder wir haben noch 2. 10. 11. 12. 13. Könnte sich ausgehen. Äh... Genau. Wird sich ziemlich ganz genau ausgehen. Ein Stein wird überbleiben, wenn es mich nicht täuscht. Okay. Hier haben wir nicht ganz. Aber da... Okay. Hier brauchen wir gar keine Steine für ein weiteres... Markthaisel. Ein Markthaisel. Ein kleines Markthaisel haben wir da hingebaut. Und so. Gut. Dann hätten wir jetzt hier genug, äh... Stoffe, um hier dann die abzureißen und äh... Aus... Oh ja. Hier. Ich sehe es gerade. Wir brauchen mehr Brauereien. Gut. Gut zu wissen. Ähm... Haben wir hier... Eine Feuersbrunst wütet in eurer Stadt. Jetzt fahre ich mich gerade. Ähm... Ja doch. Das ist mittig der Ausgang. Und... Oppala. Falsche Richtung. Und ein groß... Mittleres... Gondor. Ein kleines Gondor. So. Ja. Passt. Er holt hier ab. Und hier haben wir auch den Engpass. Ich sehe schon. Wir brauchen eine weitere Brewery. Die könnte eventuell... Es geht sich gerade noch aus. Hier oben Sinn machen. Ähm... So hin. Hoppala. Hoppala. So. So. Weil dann können wir hier... Den Weg wieder abreißen. Wo brennt es denn schon wieder? Na, passt. Passt. So. Und... Ihn hier theoretisch... Na... Schauen wir dann noch. Aber der wird dann hier abholen. Passt. Vielleicht... Er holt sich unser Alkohol auch eigenständig. Ich würde es ziemlich gut finden. Aber... Keine Ahnung. Können wir jetzt nicht... Äh... Schauen. So. Wir holen uns... Die... Catapult. Wir erwarten euren Befehl. Euren Befehl. Euren Befehl. So. Müssen wir jetzt nicht so übertrieben schnell spielen. R. Genau. Wie schaut es... Okay. Stoffe schaut gut aus. Wir machen jetzt zuerst einen... Ja gut. Ist eigentlich eh scheißegal. Weg damit. Weg damit. Weg damit. Wie schauen wir aus Alkohol? Lieber zu viel als zu wenig. Ist immer die Devise. Ähm... Eins... Zwei... Und noch eine Brauerei. Ja. Jetzt machen wir wieder Holz. 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 Das liegt sich nicht auch oft übrigens. Oder? Kommt mir jetzt nur so vor. So. Passt. Jetzt hätten wir hier... Einigermaßen... Äh... Ja. Wie schauen wir hier aus? Hier läuft... Ja. Sie haben auch Eisen. Hier läuft... Ja. Schaut gut aus soweit. Ähm... So. Jetzt holen wir unser Schiff. Ich will jetzt nämlich nicht die lang... Nämlich nicht die langsame... Blablablabla... Katapulte hier durchschicken. Oder aber... Warte mal. Wo sind denn die anderen? Oh. Hier unten. Okay. Äh... Oder aber... Ah na. Er kommt grad... Oh. Jetzt stationiert erst hier. Weil wenn die hier weg wären, dann hätten wir den auch schon angreifen können. So. Oder? Jetzt kommt er mit denen hier auch runter. Okay. Wir müssen nur schauen, dass... Ja. Der kommt jetzt direkt hier runter. Oder? Okay. Sie gehen vor die Kirche. Egal. Wir versuchen es jetzt einmal. Ziel wäre, dass die Katapulte hier oben drüber... Ja. Es geht sich aus. Okay. Nice. Weil wenn das Teil einmal brennt, dann ist gut. Wir ballern jetzt hier so lange drauf, bis seine Katapulte in Reichweite kommen. Dann laden wir sie wieder auf. Ja. Soweit der Plan. Der schaut auch sehr sinnvoll aus. Ähm. Ich schau gerade. Ich möchte ein paar Screenies machen. Langsam sind die. Ah. Ich habe ja auch ganz langsames Spiel. Okay. Ähm. Ich schau gerade. Haben wir hier eine gute Perspektive? Ne, haben wir nicht. Okay. Ja. Außer das hier. Aber... Naja. Schauen wir mal. So. Normalgeschwindigkeit. So. Jetzt sind sie gleich. Bereit zu schießen. Ähm. Zubefehl. Feindliche Kanonen feuern auf euer Schiff. Ah. Sie ballern aufs Schiff. Gut. Dann... Äh. Oder ne. Die... Okay. Sie kommen rüber. Oh. 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 Hey cool. Ich werde nicht getroffen, wenn ihr mich bewegt. Und auf Schiff. Auf Schiff. Yes. Nice. Ähm. Wir müssen halt schauen aufs Schiff, dass hier nichts passiert. Ist auch lustig mit Katapulten auf Schiffe zu schießen. Das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr spannende Angelegenheit. Ja. Er mochte eh von allein. Ne. Passt. Jetzt haben wir eh. Okay. Ich dachte gerade. Gut. Dann weiter im Takt. Und... Oh. Jetzt kommt der mit den Mörsern. Dann... Ja. Zerstören wir einmal die Burg. So. Eure Schiffe an. Okay. Er ballert aufs Schiff. So. Wir versuchen... Wir müssen halt das Schiff jetzt im... Im... Ja. Pass. Die Burg ist tot. Kommt an Bord. So. Hier immer diese Mörser, die noch weiter fahren. Ah. Achso. Oh. 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 Kommt an Bord, man. Aller Katapulte sind so schwerfällig. Das ist unglaublich. Ja. Gut. Ganz knapp überlebt. Okay. Nice. Weil jetzt kann er auch keine Mörser mehr nachbilden. So. Und jetzt holen wir uns... Die... Bogenschützen. Wir machen mal eine kleine Armee. Und dann raiden wir einfach rüber mit den Bogenschützen. Und die Sache hat sich, oder? Wartet. Für den... Soldaten sind ausgebildet. Und nochmal... Bogenschützen. Wir werden einfach so einen Gruppenverband machen aus Bogenschützen. Lanzknechts. Und... Was brauchen wir noch? Genau. Wie... Kurz schauen. Ja. Da haben wir jetzt viel... Stoffe können wir jetzt auch verkaufen. So. Und Salz inzwischen auch. Gut. Ähm. Dann brauchen wir noch... Lanzis. Lanzis. Oh. 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 Das... Alter. Alter. Ein Schuss noch und ich wäre versunken. Flotten Kommandant. Fuck. Huh. Gut, dass ich das jetzt doch... Ich mein... Ich... Es wäre jetzt nicht der Giga Verlust. Aber alter. Ähm. Ich sehe gerade. Er hier hat nichts zu tun. Er hier. Mhm. 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 Und da bauen wir jetzt aber nur einen. Schau mal. Na wurscht. So. Noch einmal. Lanzis. Sanitäi. Da könnte man eigentlich auch einen ausbilden. Den machen wir hier. Der soll dann unsere Katapulte wieder auf Vordermann bringen. Ähm. Oh. So. Ich habe Schluckauf gerade. Alter. Was ist denn jetzt los? Okay. Gewürze werden weniger. Das... Alter. Schluckauf. Hallo. Das könnte uns noch ein kleines... Was rede ich eigentlich? So. Abladen. Und Repairn. Neue Soldaten sind verfügbar. Neue Einheiten sind bereit. So. Er geht jetzt sofort heilen. Gut. Ähm. Und jetzt brauchen wir noch einmal Schiffe. So. Äh. Schiffe. Pferde. Dann haben wir eigentlich schon eine schöne Aufteilung. Und dann werden wir uns... Ja. Brauchen wir Holz. Dann schießen wir uns mal hier den Weg frei. Und dann schauen wir was passiert. So. Schiff ist wieder in Stand gesetzt. Fast halt. Ja. Doch. Ja. Nicht ganz. Nicht ganz. Aber gut. Die Einheiten werden gerade geheilt. Ist gut. Und jetzt schaue ich mir nochmal hier. Ja. Das ist gut. Wir könnten dann hier eigentlich das zerstören. Dann greifen wir von mehreren Zeiten an. Ähm. Er geht hier. Und wir brauchen jetzt zwei Katapulte. Oder wir kriegen es so hin. Äh. Hallo. Brandpfeile. Oh. Ich kann mit Brandpfeilen nur Markthäuser zerstören. Okay. Gut. Gut. Wie du hast dazugelernt. Dann müssen wir jetzt wohl doch einfach aufs Holz warten. So. Was soll's. Dabei regeln wir diese Mission. Ähm. Hä. 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 So. Wie schauen wir aus. Und. Angriff. Zack. 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 Er kommt mit den Pferden. Hä. Hä. Mit den Pferden. Ich könnte jetzt wieder die klassische Lock Methode. Äh. Da brauchen wir jetzt. Ein Katapult würde eigentlich reichen. Wir kommen glaube ich sogar in der Entfernung hier eh easy hin. Ähm. Da machen wir einfach Gruppenverband 1. Braucht er noch Unterstützung. Ich würd sagen. Hau mal noch ein paar. Musketenschützen wären geil. Aber die kriegen wir nicht ohne Universität. Äh. Noch ein paar. Mach mal Armbrust. Komm. Hau mal noch Armbrust rein. Und. Noch eins. So. Schauen wir uns das mal an. Von der Seite. Nicht dass wir jetzt irgendwie einen Korridor aufmachen. Und den Feind hier reinlassen. Aber. Ähm. Und nochmal. Ah. Gut. Wir haben hier aber eh. Genau. Platz für. Zwei Einheiten. Das werden dann. Die sind. Die machen wir extra. So. Jetzt haben wir noch genau eine Einheit. Und das wird ein Sanitäter. Ich weiß der wird gleich noch mal sterben. Aber. Ja. Was soll's. Lassen wir das mal machen. Das lassen wir da machen. So. Er ist gerade am Pferde schlachten. Das ist sehr geil. Jo. Er empfährt noch. Und dann haben wir wieder die Bahn frei. Oh. Ne. Er greift sie nicht an. So. Ne. So. Jetzt haben wir noch die Reserve gelockt. So. Jetzt stirbt. Und. Einen Schuss noch. Und. Einen Schuss. Und. Jetzt aber. Lel. Lel. Oh. Er hat hier die Musketten schützen. Wartet mal. Wo marschiert er jetzt hin? Das muss ich mir jetzt immer über. So. Jetzt haben wir den Korridor geöffnet. Ähm. Das ganze ist jetzt Gruppenverband. Ah. Da können die Katapult jetzt auch dazu. Gruppenverband 1. so. Ähm. Ja. Hilft ja nichts. In den Kampf würde ich sagen. Er marschiert eh in die andere Richtung. Und. Schauen wir mal. Zack. Zack. So. Wieder auf F7. So. Oh. Jetzt kommt er mit den Mörsern. Ja. Mein König. Wir werden angegriffen. Oh. Oh. Lol. Okay. Einer ist gestorben. So. Okay. Er marschiert wieder weg. Er hat viele Kanonen. Sehe ich gerade. Oh. Hier haben wir. Auf dem Weg. Mein König. Wir erwarten eure Bewegung. Ich seh schon. Hier. Auf uns. Jawohl. Mein König. Vernichteten Feind. Okay. Er kommt mit den ganzen Einheiten. Okay. Schauen wir mal. Wie das wird. Weil ich seh gerade. Eins. Zwei. Er hat sie abgezogen. So. Jetzt schauen wir uns mal. Oh. Ein Denkmal. Na gut. Ähm. Ja. Ich würd sagen. Ja. Jetzt. Das. Also die. Die. Computerintelligenz lässt zu wünschen ihnen. Greift an jetzt. Alter. Schaut. Die greift nicht von alleine an. Alter. Nur. Ihnen immer 20 mal sagen. Dass sie hier. Krieg führen. Ja. Gut. Äh. Ja. Gut. Jetzt hat er. Okay. Die brennen von alleine ein. Ähm. Ja. Wir schauen mal jetzt aus da. Nicht gut. Nicht gut. Ah. Oh. Die sind auch tot. Ja. Gut. Hab ich gesagt. Ah. Okay. Weiter. Shit. Alter. Was zur Hölle. Das hatte ich jetzt überhaupt nicht am Schirm. Dass das jetzt doch so schnell geht. Neue Einheit. Ähm. Na gut. Dann. Wir sind dann doch die. Hier werdet angegriffen. So. Jetzt werden wir hier. Okay. Hier haben wir jetzt keine Chances mehr. Das geht sich nicht aus. Ne. Hier sind zu viele Soldaten. Neue Einheiten sind bereit. Ähm. Immerhin. Wir haben wieder ein Ding zerstört von ihm. Er zieht sie wieder ab. Okay. Wir müssen. Ich glaube. Die Türme sind dann doch wichtig. Dass wir die zerstören. Das war jetzt ein bisschen. Das habe ich jetzt nicht so beachtet. Äh. Ja. Musketten schützen. Wären sinnvolle. Kriegsunterstützende Maschinerie. So. Aber ja. Gut. Äh. Die brennen theoretisch eh von alleine ab. Aber. Hm. Wir können natürlich auch hier rum gehen. Hm. Das wäre auch eine Idee. Ich glaube. Oder brennen. Brennen Markthäuser von alleine ab. Ich weiß es jetzt gar nicht. Das wäre mal interessant zu beobachten. Und hier noch einen. So. Er. So. Wir müssen die Kanonentyme irgendwie zerstören. Aber ich sehe es gerade. Von der Zeit. Äh. Wir werden es in der Folge leider nicht mehr schaffen. Gehen wir auf F7. Aber. Ja. Ähm. Joa. Rohstoffe sind wieder sehr, 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 sehr on fleek. Ähm. Eine Einheit wurde ausgebildet. So. Er hier. Du kümmerst dich um ihn. Und. Nochmal. Neue Soldaten sind verfügbar. Joa. Dann hätten wir wieder. Eine kleine Army. Ähm. Oh. Oh. Ähm. War hier nicht wohl noch ein Katapult von uns? Hä? Oh. So. Er kommt und wagt einen Ausfall. Habe ich das Gefühl. Das Volk schätzt eure Regentschaft. Ja. Befehlt uns wir Gehort. Oder auch nicht. Ne. Ihr werdet angegriffen. Aber gut. Ja kämpft jetzt. Leute. wieder. Wir schauen mal aus. Ihr. Schau. 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 Was ist das? Runter. Killen. So. Schau mal aus. Perfekt. Äh. Wo ist denn jetzt das Katapult? Hier. Lasst uns den Feind zerschmettern. Macht keine Gefangenen. Ja. Schaut aber insofern. Gut. Äh. Die zwei würde ich. Oh ja. Es stürzt von alleine ein. Ich sehe es gerade. Geil. Es ist uns eine Ehe. Scheiß Kanonenturm Alter. Oh. Er ist eingestürzt. Zu den Waffen. Ihr werdet angegriffen. Ja. Pulverisieren wir den noch zu Tode. Und dann. Gehört uns da eh schon wieder sehr viel. Sehe ich gerade. So. So. Jetzt müssen wir natürlich alles. Was wir jetzt irgendwie übernommen haben. Zerstören. Vor allem diese ganze Maschinerie hier. Ähm. Die kostet nur unnötig Kohle. So. So. Was gehört jetzt noch alles uns? B. 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 So. Hier haben wir. Alles zerstört. Hier sind. Ich glaube wir übernehmen hier gar keine Einheiten oder? Nee. Ich glaube nicht. Okay. Gut. Ähm. Dann würde ich sagen. Haben wir zumindest jetzt mal einen Teil erledigt. Der zweite Teil kommt jetzt dann sofort. Jetzt haben wir noch eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Markthäuser. Viele davon können wir von außen erreichen. Das ist sehr cool. Ähm. Eins, zwei, drei von außen. Das auch theoretisch. Und dann noch drei weitere. Ja. Das aber in der nächsten Folge. Ähm. Ich hoffe die Screenshots die ich gemacht habe sind einigermaßen gut. Insofern möchte ich sagen danke fürs Zuschauen Leute. So das war jetzt Spielstand 10 glaube ich. Also 10b überspeichern wir jetzt. So speichern. Spielstand gespeichert. Und bis zum nächsten Mal. Ciao Leute. lookzaal Leute. SHOP guck guck